Dieses Jahr bekomme ich wahrscheinlich extra viele Geschenke über. Keiner war so artig wie ich. Zum Beispiel eigenartig, unartig, abartig und bösartig. Arlequino, pscht, pscht, pscht! Arlequino, das habe ich im Fall gehört. Ich kann dann im Fall auch auf vielartige Art und Weise sehr bösartig werden, wenn ich dich verwötsche. Grazie mille! For watching me later, please subscribe!